Ich kann nicht mit der reden. Eine Sekunde mal. Ich speichere mal eben. Okay, ich dachte ich kriege vielleicht irgendwelche Spezialteile. Weil wir haben ja noch so einen komischen Roboter auf der Station. Ich dachte, das können wir dafür hernehmen. Na gut. So. Oh, ein Spind. Wo nichts drin ist. Finde ich gut. So, das können wir öffnen. Das ist die Tür von der anderen Seite, glaube ich. Die eine. So. So, komm her, blöde Roboter. So. Nein, das gibt's nicht. Der war fast tot. Ich dachte, ich schaffe das jetzt mit einem anstürmen. Processing. So, der ist tot. So. 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 Und da ist er tot. Sehr gut. So. So. Sehr schön. Was hast du? Du hast nichts zum Looten. Frey. Relay Control Terminal Code. Das ist total schade. Oh, er hat sich erschossen, glaube ich. Aber warum? Ich dachte jetzt, ich muss den Frey vielleicht töten und so weiter. Aber es sieht ja echt nobel auch und alles. Also, was heißt nobel, ist ja vornehm. Interessant. Warum hat er sich umgebracht? Ah! Wir finden es gleich raus, bestimmt. Speichern. Freys Tagebuch. Verzeih mir, ich hatte Unrecht. 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 Das Flüstern hat nicht aufgehört. Nicht. Nicht. Es ist zurück. Es heult. Heult. Heult vor mir und verlangt, dass ich die Straßen in Rot tränke. Hell im Rot. Wunderschön im Rot. Ich weiß nur einen Weg, es zu beenden. 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 Verzeih mir, Delilah. Okay, er hat sich wirklich selber umgebracht dann. Ähm. Weil er niemanden anderen umbringen wollte. Oder verletzen wollte. Hat er sich dann selber umgebracht. Hä? Schade. Also nicht, dass ich ihn jetzt umbringen wollte oder so. Aber, ähm. Das tut mir irgendwie leid für ihn. Vor allem, dass er niemanden hatte, der ihm... äh, der ihm geholfen hat. Das ist... sehr schade tatsächlich. So. Okay, jetzt ist die Tür hier offen. Ah, und die Tür können wir auch offen machen. Sehr gut. Jetzt haben wir die Shortcuts geöffnet. Äh, hier ist sonst nix mehr. Das Terminal haben wir jetzt bloß noch. So. Hallo. Äh. Transmitterstatus deaktiviert. Empfängerstatus aktiviert. Relaytransmitter aktivieren. Transmitteraktivierungssequenz wird initiiert. Energie wird auf Transmitteranlage umgeleitet. Pfade sind synchronisiert. Energieüberprüfung wird durchgeführt. Energie ist stabil. Diagnose der Transmitteranlage wird initiiert. Gemäß der Diagnose sind 26 von 28 Anlagen funktionsbereit. Aktivierungsping wird an Groundbreaker über... wird an Groundbreaker übermittelt. Ping wurde empfangen. Ergebnisse. Aktivierung des Transmitterrelay ist abgeschlossen. Fortsetzen. Nicht über ermittelte Nachrichten im Cache-Speicher entdeckt. Diese Nachrichten werden auf ein physisches Speichermedium heruntergeladen. Kopiersequenz wird initiiert. Kopie abgeschlossen. Alle gespeicherten Nachrichten wurden erfolgreich auf das physische Speichermedium übertragen. So, die stummen Stimmen. Verlassen. Cool. Wir haben das Relay gefixt. Geil. Ich könnte übrigens Synchronsprecher für irgendwelche Computerdingen werden. Kopiervorgang wird eingeleitet. Bitte warten. Kopiervorgang abgeschlossen. Download erfolgt. Download gestartet. Download erfolgreich. Download Abbruch. Download gescheitert. Ups. Wollte ich gar nicht. Äh. Ah. Transferieren. Das war, wo ich auf R gedrückt habe. So. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Das war's, glaube ich. Mehr gibt's hier nicht. Korrekt? Ich hab den Hausmeister, äh, die Hausmeistereinheit hier noch. Kann ich mit irgendwas machen? Ich mein, ich hab so einen ähnlichen Roboter bei mir auf dem Schiff. Kann ich den nicht hier zerlegen einfach und dann die Ersatzteile rausklauen? Äh. Hier fehlen mir Komponenten. Nee, warte mal. Mir fehlen hier Fähigkeiten, oder? Zwei Sekunde. Ich muss mal gucken. Äh. Techfertigkeiten. Tarnfähigkeiten. Hacken. Plus sieben. Nee, ist nicht die Hecke. Äh, ist nicht das Hacken. Okay. Ähm. Der hat Verteidigung 19. Der hat Verteidigung 16. Okay. Sehr gut. Äh. Ja, dann haben wir hier nix mehr. Damit können wir auch nix machen. Sehr schön. Das haben wir auch alles. Ja gut. Dann können wir von hier jetzt verschwinden, weil wir haben hier tatsächlich nicht mehr wirklich etwas zu tun. Was ist das hier noch? Nichts. Ja, muss man nicht ruhig sein, bloß weil ich mal in die Hocke gegangen bin. Das passiert, wenn man wissen möchte, ob man was aufhebt. Beziehungsweise aufheben kann. So. Gut. Ja, dann hätten wir das hier, ne? Dann können wir eigentlich verschwinden. Die Unreliable verlassen. So, dann würde ich sagen, ähm, wir setzen Kurs auf. Warnung, Intruders werden... Oh, es ist du. Ja, bin nur ich. Keine Angst zur Panik. So, die Groundbreaker. Andockstation. Wir sind auf der Groundbreaker. Ich denke, ich werde einen unbeschädelten Rest-Cycle initiieren, während du raus bist. Das finde ich gut. Mach das. So, euch beiden nehme ich mit. Und go. Man, T-Pila, Ex-A-Mind. Ex-A-Mind. I-Git. Sehen die widerlich aus. Also, es ist lustig, wie das Spiel übrigens nachlädt die ganze Zeit. Also, mal kurz nachlädt. Um auch... Gehört das so? Ah, er lädt gerade noch... Er lädt gerade noch nach. Das, äh... Oh. Da lädt er gerade noch nach oben. Schön. So. Einmal zack. Wir müssen einmal zur Brücke jetzt. Weil... Wir müssen jetzt die tolle Nachricht abliefern, dass die Relaisstation wieder aktiviert ist. Lass sie vermutlich aber schon wissen, dass die, äh, Relaisstation wieder funktioniert. Aber was soll's. So, Hose. Hallo, Edna. Ja. Hier sind deine Sicherungsdaten. Danke. Hm. Das ist wunderschön. Die einzige Messungen in der Queue sind die in den rechten. Wir schauen auf die Transmissionslogs. Der Relais hasn't received a single unencryptive Message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever is the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. Ja, wo ist mein Geld? Uh, 1200-Bit-Module. Geil. Routing through the backup relay has saved us a mess of trouble. Thanks to you, the auxiliary will handle the signal load when the primary caught in the occlusion. Das find ich sehr gut. So, unser Ruf bei der Groundbreaker ist erhöht. Groundbreaker ist jetzt freundlich. Hurra. Ich mein, hab noch nicht zu viel gemacht, ha? Ich mein, ich hab bloß das Schiff repariert, das Relais repariert. Die müssten mich eigentlich schon anbieten. Sprich deine Meinung. Honestlich, ich könnte die Distraktion benutzen. Die hat nichts mehr zu tun. Ich könnte den Raum hier hacken, aber ich glaub, die mag das nicht. Optional, Jun- 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 Jun-Schlüsselkarte. Hm. Die wird sie vermutlich dabei haben. Ist wahrscheinlich der Punkt, wenn wir sie vielleicht umbringen. Was prinzipiell, glaub ich, nicht so gut, ne tolle Idee wäre, vor allem wenn wir die Pavati dabei haben. Ich glaub, die findet das nicht so lustig. Können wir später mal probieren. Einfach die Jun-Leos Spaß umbringen. Äh, und dann mal gucken, was die Pavati sagt. Ich bin neugierig. Ich hab schon manchmal ganz komische Gedankengänge. So. Nichtsdestotrotz. C&P near maple syrup. It's near this complete breakfast. Oh Gott. Diese. Ich muss aber sagen, so, 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 so Werbeslogans sind gar nicht mal schlecht. So. Äh, lange Rede, gar kein Sinn. Der leere Mann. Okay. Okay, was mit... Mache Reginald Chanei ausfindig. Okay. Ähm. Schrottsammler im All. Ja. Sanitätsmaschine. Finde einen Säurereiniger. So. Der schlechteste Kontakt. Ellie wird sich darüber freien, dass du Jessys Schulden beim Vorstand geklärt hast. Und damit ihre Schulden bei... Sprich mit Ellie. Habe ich das nicht schon gemacht? Habe ich das vergessen? Ich glaube, ich habe das vergessen. Wo war denn das... Äh, wo war denn das Krankenhaus? Ähm. Ach, das war da hinten, glaube ich. Ach, es war hier. Hey, Jessie Doyle, sie ist draußen. Hallo, Ellie. Die gute Nachricht kam durch die Wireless. Sieht, wie du meine Geld für Jessie. Ich glaube, das bedeutet, dass ich dich jetzt, oder? Ich sage dir was. Ich bin jetzt ein bisschen schwarz auf Bitten. Aber ich bin ein guter Schrapper und ein besser als average Sawbones. Wenn du einen Medik schaust, kann ich meine Geld ausführen. Willst du damit sagen, dass du für mich arbeiten wirst? Nur weil ich Jessie geholfen habe? Du schuldest Leuten wirklich nicht gerne was, oder? Hm. So, willkommen, Bot-Elly. Was genau hat Jessie für dich überhaupt gemacht? Du schuldest Leuten wirklich nicht gerne was, oder? Fragen wir mal. Aha, was für eine Wette. Äh, sag jetzt nicht, du hast es versucht. So schnell sind sie auch wieder nicht. Und? Also hat sie dir das Leben gerettet. Ja, ist ja schön. Es sind so diese, so, 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 absolut dämliche Wetten einfach. Drum leben auch Frauen länger als Männer. Aus genau diesem Grund. Interessante Geschichte. Also hat sie ihr das Leben gerettet. Wenn du dermaßen dumm warst, hattest du es verdient, erwischt zu werden. Äh, ja. Äh, aha. Okay. So, du wirst dich bereuen, auch wenn es so aussieht, als hättest du dein Team schon voll besetzt. Zeit sich, seine Lieblinge rauszusuchen, Käpt'n. Äh, er trefft's auf dem Schiff. Es ist an der Promenade. So, pass auf dich auf, während ich weg bin. Hm. So. Hallo. Jun-Lay hat aus der Engineering angerufen und gesagt, dass ich dir die Mediklinien aus unserer Störer kaufen sollte. Jetzt ist es etwas, das ich dir mit helfen kann. Ne. Nicht wirklich. Ich brauch grad nix. So. Einmal speichern. Die, ach so, ich dachte, die stellt sich die dazu ins Eck, aber die hockt sich da hin. Ähem. Hallo, mein Freund. Ist es nur ich, oder ist Groundbreaker feeling extra chillig? Vielleicht solltest du dir helfen, zu einem peipen-hot-frozen-Dinner. Der arme Kerl. Der tut mir echt ein bisschen leid. So. Äh. Ich bin grad überlegen. Das Hotel, das... War... Ähm. War das hier? Nee, da war es nicht. Ähm. Ja, da war die Security. Wo war denn das Hotel? Rest and go. Da war es. So, hier war doch irgendwo... Ich hasse ein bisschen Viecher. So. Hallo. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. So. Fantastisch. Du bist mit der Deer. As these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a Deer. You'll love her. Now. Was there anything else? So. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Sehr gut. So, nachdem wir jetzt nämlich so viel Geld gesammelt hatten, äh, können wir auch den Schlüssel kaufen, ohne dass wir die andere Mission vorher machen müssen. Monarch ist ein witziger Hive von Terrorismus und Anerkennung. Wir haben die Besten von unseren Ammo-Stock, bevor wir wegkommen. So. Klack. Und einmal nach oben, bitte. Das ist so gruselig, dass die dann, wenn du in den Aufzug bist, dass die einmal plötzlich hinter dir stehen, dass die rein teleportiert werden. Das ist wirklich gruselig. Talk to Miss Lilia, if you're looking for work. Okay. So. Hallo. If this is something, Tobias could handle, see yourself out of the door. So, ich habe einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay. white in Fallbrook. Welche Art Bergung, was? Welche Art Bergung besprechen wir hier? Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Now, get going. Catherine will brief you on the details, when you check with her at Fallbrook. Eine letzte Sache. Wenn du auf dem Job bist, schau ein paar Augen auf der Rückseite. Entstanden? Geh nicht nach was zu suchen. Except für das Erfnis. Schau einfach. Du wirst gut machen. Wahrscheinlich nichts, was dich überrascht. Wahrscheinlich. Ich bin nicht überrascht, wenn du nicht bist, Kapitän. Ernsthaft. Gut, ich bin gespannt. Äh, irgendwas ist... Das kriegen wir hin. Ähm. Irgendwas ist rechts aufgeploppt. Ähm. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab mich mehr auf den Dialog in der Mitte konzentriert, als auf... das, was rechts stand. Ist wieder so ein Punkt, wo man, ähm... dann sich die Aufnahme anguckt und guckt. Okay, was stand da tatsächlich? Was ist passiert? Ihr könnt's mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ähm. Beziehungsweise in den Chat. Falls ihr's gesehen habt, was da rechts stand. Irgendwas mit Sublight, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Reinmarschiert in die Unreliable. Dann guck... Nein, ich bin nicht gestorben. Aber schön, dass du dir Sorgen um mich machst. Willkommen zurück, Captain. Hallo. Jetzt, dass du einen Navkey auf Stellar Bay brauchst, möchtest du mich, Dr. Wells zu kontaktieren? Ja, bitte doch. Zeig ihn mir auf dem Bildschirm an. Hat der Kerl denn sonst nichts zu tun? Ja, los. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate. Violent native species. Fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Sag mir einfach, was ich tun soll. Klingt so, als wärst du schon mal auf Monarch gewesen. Kannst du ihm nicht einfach eine Nachricht schicken? Hm. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Hm. So. Eine Brutstätte der Politik. Klingt lustig. Nein. Ich glaub nicht. So, wo soll ich anfangen? Du willst die Services für eine gewisse Guide hiren. Ich empfehle einen Hunter, mit dem Namen Nioka. Frequenz die trinkende Steller Bay. Sehr hart zu missen. Als du alles hast, hast du alles, was du brauchst, mach deinen Weg nach Hiram Blyth's Kompound. Okay, so. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja. Komm, sieh mich in meinem Lab. Ich werde alle Fragen, die du hast. In Ordnung. Bis dann. Best Glück. Jeder, der Hoffnung, ist auf dich. Sehr gut. So, ich wollte dich noch was fragen. Was ist das? Hast du ein Lieblings-Crew-Mitglied, Ada? Gib's zu, das bin ich, nicht wahr? Jemanden, den du am liebsten hast. Das Mitglied, das du am wenigsten nervtötend findest. Äh, ja, okay, wir nehmen das. Äh, gut, das ist gut. Ich könnte dich auch ausschlachten, weißt du. Ähm, das machen wir nicht. Hast du Geheimnisse, die du mir vorenthältst? Was meinst du? Hast du irgendwelche Begriffe, die du von mir gehalten hast? Ich bin einer der Kolonisten von der Verschollen Hope. Der Wissenschaftler hat mich aus dem Kryoschlaf aufgeweckt. Ich habe eine geheime Phobie. Ich habe schreckliche Angst vor Handpuppen. Geheimnisse, ich, die etwas vorenthalten. Das ist doch lächerlich. Ähm, wie sagen wir das hier? Wahrscheinlich, nicht, dass ich die Möglichkeit habe, zu lieben. Ich habe es so viel verwandelt. Deine neurologischen Impulse spiken in ungewöhnlichen und oft in unabhängigen Momenten. Es braucht keinen Genie, um die Sprache zu korrelieren. Ähm, interessant. Hast du ein Bewusstsein? Dein Geheimnis ist, dass du in Alex Hawthorne verliebt warst. Du planst im Geheimen, die Herrschaft über das Helikon-System an dich zu reißen. Ich mag nicht, den Kapitän über den Kapitän, Kapitän. Und wir wissen beide, dass ich nicht so komplexe Emotionen bin. So, hast du ein Bewusstsein? Du planst im Geheimen, die Herrschaft über das Helikon-System an dich zu reißen. Du hast vergessen, den Ordner von deinem letzten Schlafzyklus zu schließen. Das war ein Witz. So, das erinnert mich irgendwie an damals, als du mich aus dem gelandenen Schiff werfen wolltest. Ist das wieder so ein Moment? Lass den schwachsten Ader. Ich habe einen neuen Witz gemacht. Repariere sie, das ist ein direkter Befehl. Das erinnert mich irgendwie an damals, als du mich aus dem gelandenen Schiff werfen wolltest. In that case, I was as well. Naja, hast du ein Bewusstsein? What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona, my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate, hijacking the ship. I swear. Now arriving at Phineas' top secret orbital lab. Ne, es ist ja nicht so, äh, top secret, wenn, äh, wir die Koordinaten davon haben. Ich meine ja nur. So, okay, wir haben noch Platz für zwei Crewmitglieder tatsächlich. Ich muss ein bisschen, äh, sorgfältiger sein mit der Auswahl, glaube ich. Ähm, äh, hallo? Kannst du mich hören? Hat das funktioniert? Oh, verdammt, Blast, das ist laut. Ja, ich kann dich hören. Laut und deutlich. Hallo. Ich frage mich, wer ein einzelner Mann diese riesige Station hier bearbeitet. Ach ja, das ist sein Schiff. Was abgeschossen wurde. Was die Rampe hier oben ist. Was bedeutet, ich komme da nicht hin, noch nicht hin. Warum sichert er sich selbst? Der hat Angst, dass ich ihn umbringen, kann das sein? Untersuchen. Leere Röhren. Sofort inspizieren. Vor dem Quittieren der Ware ist es deine Verantwortung, jegliche Schäden auf den Kopien der Frachtpapiere zu notieren. Inhalt. Zwei lebende Zystenschweine. Diverse lose Zysten. Erwartet der Nebeneffekt des Transport. Finn. Keine Ahnung, wofür du die verdammten Dinge brauchst, aber meine Quelle schraubt die Preise hoch. Erwarte weitere Erhöhungen in der Zukunft. Bevor du fragst, keine Rabatte für Massenbestellungen. Die nächste Lieferung kommt in vier Wochen, wenn du dich nicht in spätestens drei meldest. In drei. Verstanden. Wenn dir die Schweine über den Kopf wachsen, ist das sonst nicht mein Problem. Habe in den Flux geschaut. Bisher keine Treffe. Großkarte von Tantchen ist beigelegt. Sag mir nicht, wofür du die willst. Ich will es nicht wissen. Lali. Lili. Lü. Lülia. Lülia. Keine Ahnung. Meine liebste Nervensäge. Wir beten eine weitere Ladung Zystenschweine. Zulieferer hat mir Schwierigkeiten gemacht. Habe ihn daran erinnert, dass Zystis sich nicht fortpflanzen können. Nur mit diesem seltsamen Gas, der Weißkittel. Hat trotzdem die Preise erhöht. Leite es halt an deinen Käufer weiter, schätze ich. Kommst du mal zu Besuch rüber? Habe hier eine schöne Flasche 43er für dich beiseite gestellt. Dein Lieblingsschweine-Lieferant, Marlin. Habe sichergestellt, dass deine letzte Fleischlieferung nicht schon auf dem Hinweg gefressen wird. Ein Rudel Rapptus weniger. Standardbezahlung. Dein Lieferant war nicht glücklich. Das solltest du mal mit ihm besprechen. Nioca. C. Diese Dinge, die du für außerweltliche Käufer holen sollst, machen mich nervös. Du willst eine eigene Farm aufbauen. Was? Einen Zuchtstock. Das gefällt dem König gar nicht. Der König. Okay. Es gibt hier jemanden, der sich als König bezeichnet. Das finde ich sehr gut. Aber auch wie rum sehr schlecht, weil ich der König bin. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Für mich selber. So. Einfach nur, weil ich es kann. Und hier jeder irgendeinen Titel hat, dann will ich jetzt auch einen Titel haben. Was haben wir hier? Kann ich nicht knacken? Weil Spiel sagt nein. Also es fehlt, äh, äh, ich weiß gar nicht. Entweder fehlen Fähigkeiten oder es, äh, ich glaube es fehlen Schlossknackfähigkeiten. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher.